Fangen wir mal mit etwas ganz Einfachem an. Okay, ich bin bereit. Wann dürfen Sie fahren? Das ist einfach, bei Gelb. Das ist leider falsch. Wann müssen Sie halten? Äh, also bei dem gelberen Gelb? Ähm, machen wir mal weiter. In einem Wohngebiet. Ja? Rollt Ihnen ein Ballfossauto. Wie reagieren Sie? Ich bremse sofort, um den Ball zu fahren. Das ist falsch. Durch Ihr Fernlicht entdecken Sie in der Ferne eine Katze auf der Straße. Was tun Sie? Ist doch klar. Ich gebe Gas. Vor Ihnen fährt ein Hund mit... Hupen und Bellen. Rau, rau, du blöder Hundesund. Ver*** dich von meiner Straße. Ich habe die Frage doch noch überhaupt nicht zu Ende gestellt. Was erlaubt er sich, die gleiche Straße wie ich zu benutzen? Der soll sich schon mal gut anschneiden und sein Auto von innen verschlägen. Äh, hallo? Habe ich bestanden? Htir, eu nein. Hör mir, ich bin das. Ich bin das. Du bist, du bist. Du bist, du bist.